Ein bisschen heller. Einen kurzen Augenblick, bitte. Wo ist denn meine Fernbedienung? In der Tasche. Weißt du, was ich gefunden habe? Von meinem Geburtsvorbereitungskurs. Eine Gebärmutter. Vielleicht kann ich das in dem Video gebrauchen. Mal schauen. So, worum es aber eigentlich heute gehen soll, sind die Myome. Ihr habt vielleicht schon mal etwas von Uterusmyomen gehört. Das sind gutartige Tumore. Oh ja, er sagt das böse Wort. Aber das Wort Tumor bedeutet nicht immer gleich bösartig, sondern es bedeutet einfach nur ein Geschwulst von Gewebe. Und das kann sowohl gutartig sein, kann aber natürlich auch bösartig sein. Und Myome sind nichts anderes als gutartige und hormonabhängige Muskelgeschwulste. Unsere Gebärmutter, da haben wir sie, ist ungefähr im schwangeren Zustand so groß, sonst ist sie viel, 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 viel kleiner. Aber diese Gebärmutter besteht aus Muskeln und zwar aus glatten Muskelzellen. Und diese Muskelzellen können auch entarten, in dem Sinne, dass sie sich erstmal ungehemmt formieren. Und dann entsteht ein Muskelknoten. Das sind alles Uterusmyome und da sprechen wir heute ganz ausführlich drüber. Myome sind die am häufigsten vorkommenden gutartigen Tumore in der Gebärmutter bei einer Frau, die im reproduktionsfähigen Alter, also in dem Alter ist, wo sie Kinder bekommen kann. Es nimmt mit steigendem Alter zu. Ganz junge Patienten haben sehr, sehr selten Myome. Das nimmt dann wirklich zu und nimmt wieder ab, wenn man in die Wechseljahre kommt. Weil wir haben es anfangs eben schon gehört, die sind hormonabhängig. Und genauso verhält sich natürlich der Hormonstatus einer Frau. Gerade im Kindesalter sind die Hormone noch nicht so ausgeprägt, wie wenn man dann die Periode bekommt. Und dann natürlich steigert sich das in dem reproduktionsfähigen Alter, bis man in den Wechseljahren ist. Und dann ebbt natürlich auch der Hormonhaushalt wieder ab. Und wir haben schon gehört, so ein Myom ist eigentlich nichts anderes als eine Wucherung, also eine Entartung von Zellen, die aber eben nicht invasiv sind. Das heißt, sich nicht irgendwo weiter vermehren können, als eben auf diese Muskelschicht begrenzt. Und deswegen zählen sie zu den gutartigen Tumoren. Und warum die vorkommen, weiß man nicht. Das ist immer eine super Antwort. Man weiß es tatsächlich nicht. Man hat herausgefunden, es gibt Risikofaktoren, zu denen wir jetzt gleich kommen, aber auch Schutzfaktoren. Aber was man gesehen hat, es gibt auf jeden Fall eine genetische Komponente. Das heißt, wenn deine Mutter oder auch deine Oma an Myomen gelitten haben oder wussten, dass sie Myome haben, dann ist es nicht unwahrscheinlich, dass du eventuell auch Myome haben kannst im Laufe deines Lebens. Und wir haben jetzt schon ein paar Mal gehört, diese Myome sind hormonabhängig. Und das ist eben auch ganz salopp schon ein Risikofaktor, eben die Zeit im Leben, die man Hormonspiegel hat. Und das ist eben, wenn man sehr, sehr früh in die Pubertät kommt und sehr, sehr früh seine Tage hat, früher als zum Beispiel andere, dann hat man natürlich auch sehr früher schon diesen Hormonhaushalt. Und wenn man sehr, sehr spät in die Wechseljahre kommt, hat man eben auch über eine lange Distanz diesen Hormonhaushalt. Und das ist eben ein Risikofaktor, ein langer Lebenszeitraum, den man diesen Hormonhaushalt im reproduktionsfähigen Alter hat. Was man außerdem herausgefunden hat, und das spricht wiederum für diese genetische Komponente, Afroamerikanerinnen sind viel häufiger betroffen. Und das kann irgendwo nur am Genpool liegen, das ist irgendwo genetisch bedingt. Es gibt eine Klassifikation von Myomen, wo die jetzt genau sitzen. Da möchte ich jetzt gar nicht so lange drauf eingehen. Aber meine Gebärmutter kann ich nochmal aktivieren. Wenn das eure Gebärmutter ist, dann gibt es eben Myome, die sitzen oben auf der Gebärmutterhaut drauf oder auf der Muskelhaut drauf. Dann gibt es welche, die sitzen in der Muskelschicht mittendrin. Und es gibt welche, die sitzen quasi innen auf der Schleimhaut und können auch in den Gebärmutterhohlraum eben reinragen. Das geht sogar so weit, dass die herunterwachsen können durch den Gebärmutterhals und bis in die Scheide. Also da kann man auch Myome manchmal finden, die runterhängen, ganz salopp gesagt, bis in das Scheidenniveau hinein. Und dann gibt es noch Myome, die auch woanders sitzen können. Jetzt gar nicht an der Gebärmutter dran, sondern vielleicht sogar hinten am Rektum, also am Darm, gibt es auch solche Myome. Meistens hat man sogar nicht ein einzelnes Myome, was irgendwo sitzt, sondern die kommen manchmal sogar mehrfach vor. Die können auch unterschiedlich groß sein und an unterschiedlichen Orten vorkommen. Und das Ganze nennt man dann ein Uterus Myomatosis. Also sobald mehr als ein Myom dort sitzt, nennt man das Ganze schon so. Und ganz früher hat man gesagt, der Kartoffelsack-Uterus. Weil, so kann man sich vielleicht auch ein bisschen vorstellen, wenn ihr euch so einen Sack Kartoffeln vorstellt, dann ist der natürlich überall so ein bisschen ausgebeult durch verschiedene Kartoffeln, in dem Sinne Myome. Und so sieht eine Gebärmutter tatsächlich auch aus, wenn überall Myome sitzen. Da sind überall so Knubbel drauf, verschiedener Größe. Und das nennt man dann ein Kartoffelsack-Uterus oder Uterus Myomatosis. Kommen wir zu den Symptomen. Wie könnt ihr feststellen, dass ihr Myome habt? Und das kommt auch ein bisschen darauf an, wo genau das Myom sitzt. Man kann sich gut vorstellen, dass wenn das natürlich außerhalb der Gebärmutter irgendwo sitzt, dass da Unterbauchschmerzen auch schon mal vorkommen können. Und gerade zum Zeitpunkt hin, wo die Hormone so ein bisschen nach oben gehen im Eisprungsfenster, dann kann das richtig wehtun, weil da so eine kleine Schwellung entsteht. Aber das Leitsymptom ist eigentlich eine sehr, sehr starke Regelblutung. Denn man muss sagen, so eine Gebärmutter, die zieht sich ja zu jeder Periode wie so eine Wehe zusammen und will so die Gebärmutterschleimhaut abstoßen. Wenn da jetzt ein Fremdkörper irgendwo sitzt oder auch zwei oder drei, dann kann diese Gebärmutter sich nicht mehr so gut zusammenziehen. Da ist einfach etwas mechanisches Hindernis. Und deswegen kann diese Blutung auch die ganze Zeit über anhalten. Und ihr blutet sehr, sehr stark, weil eben dieser Druck, um diese Gefäße dann abzudrücken, was da blutet, nicht gewährleistet werden kann durch die Gebärmutter. Das ist wie, als ob du dir den Finger schneidest und das Erste, was du machst, ist draufdrücken. Und jetzt stell dir vor, du schneidest den Finger und kannst aber nicht richtig draufdrücken. Warum auch immer. Auf jeden Fall blutet es und es blutet immer weiter, weil der Druck nicht da ist. Und so ist es eben auch bei einem Symptom dieser Myome. Man blutet sehr, sehr stark. Außerdem kann das zur Periode hin auch extrem schmerzhaft sein. Das kann man sich auch so vorstellen, wenn da so ein Fremdkörper im weitesten Sinne ist, der jetzt irgendwie zusammengedrückt wird, dann tut das einfach sehr weh. Und das ist wirklich Leitsymptom. Starke und schmerzhafte Blutungen. Wenn man natürlich so ein Myome hat, was ich eben erzählt habe, das runter in die Scheide wandert oder wächst, kann man auch so wehenartige Schmerzen haben oder auch ein Fremdkörpergefühl in der Scheide haben. Das sieht man dann spätestens beim Gynäkologen natürlich in der Untersuchung. Und da können wir gleich die Brücke schlagen. Ich weiß nicht, warum ich diese... Das ist die Brücke. Ich schlage die Brücke nämlich zur Diagnostik. Und im Gegensatz zu einer zum Beispiel Endometriose, auch dazu gibt es ein Video, auch das ist eine Erkrankung, die Unterbauchschmerzen und solche Geschichten machen kann, die auch während der Periode Schmerzen verursachen kann. Eine Endometriose, könnt ihr euch unten mal anschauen, verlinke ich euch, ist schwer zu diagnostizieren. Aber Myome sind in der Regel sehr, sehr gut zu diagnostizieren, weil man sieht es im Ultraschall relativ deutlich. Man kann die ausmessen, man kann gucken, wo die sitzen, welche Größe sie haben, wie gut durchblutet sie sind. Man kann relativ viel mit dem Ultraschall beim Gynäkologen sehen, was diese Myome angeht. Natürlich gehört da noch eine Anamnese dazu. Das heißt, man spricht mit der Patientin und die erzählt einem, dass man immer zur Periode stark und schmerzhaft blutet. Vielleicht hat sie auch schon drei Fehlgeburten hinter sich und da kommt man schon so ein bisschen in die Richtung, ja, das könnten Myome sein. Und da macht man natürlich auch noch eine körperliche Untersuchung, tastet ab. Man kann auch Myome schon über die Bauchdecke, wenn die eine gewisse Größe haben, gut tasten, als derben Knoten. Aber der Ultraschall ist wirklich da zielführend, dass man da einfach sieht, da sind definitiv Myome. Natürlich kann man auch eine weiterführende Diagnostik machen, zum Beispiel eine Gebärmutterspiegelung, eine MRT-Untersuchung vom Becken. Das ist alles weiterführend, weitergereifend, aber im Ultraschall in der Regel zu, ich würde fast sagen, 95 Prozent, sieht man solche Myome relativ deutlich. Kurz Kaffeepause und dann geht es zur Therapie. Und danach komme ich noch zu Schwangerschaft und Myomen. Bleibt dran. Und dann kommen wir zur Therapie von Myomen. Myomen. Und da muss man grundlegend zwei, drei Dinge berücksichtigen. Erstens, wie groß ist der Leidensdruck der Patientin? Ist das jetzt ein Zufallsbefund gewesen, weil man bei der Vorsorgeuntersuchung war und die Gynäkologin, der Gynäkologe hat gesagt, oh, sie haben da ein Myom. Und du sagst, oh, habe ich noch nicht gemerkt? Okay, gut zu wissen, schön, was muss ich jetzt tun? Dann wäre das etwas, was man beobachten kann in sechs Monaten oder sogar zwölf Monaten, was keiner Therapie bedarf. Sollte man Schmerzen haben oder auch so eine starke Blutung haben, liegt es auch daran, wie einschränkend ist das jetzt in der Lebensqualität? Muss schnell und akut gehandelt werden? Oder hat das eben auch Wochen bis Monate Zeit, um eine medikamentöse Therapie anzufangen? Denn es gibt medikamentöse Therapieoptionen und eben operative Therapieoptionen. Und ein weiterer Punkt, den man berücksichtigen muss, ist auch Kinderwunsch. Ja, nein, abgeschlossen vielleicht. Vielleicht ist man jetzt schon, weiß ich nicht, Ende 40. Und hat gesagt, ich habe drei Kinder zu Hause. Ich brauche jetzt keine Hormone mehr futtern. Ich möchte die Gebärmutter einfach loswerden. Dann habe ich nämlich auch Ruhe von meiner starken Blutung. Das ist natürlich auch alles eine Option und auch eine Überlegung, die man vorher treffen muss. Das heißt, es gibt nicht die eine pauschale Therapie. Aber wir können beides mal besprechen. Gucken wir uns erstmal die Sparte der medikamentösen Therapieoptionen an. Und wir haben ja jetzt schon oft gehört, die sind hormonabhängig, diese Myome. Das heißt, wir müssen irgendwie zusehen, dass diese Hormonspiegel gesenkt werden. Und da gibt es eins, zwei Präparate, die man geben kann. Das eine, das hemmt quasi diese Rezeptoren. Also auf der Gebärmutterschleimhaut und auf den Muskelzellen sitzen so kleine Fühler. Und diese Fühler werden angesprochen von den Hormonen. Und wenn man diese Fühler blockiert, können die Hormone da rumfliegen, was sie wollen. Sie bilden eben nicht diesen Signalweg, der dann zum Myomenmaxtum führt. Da gibt es ein Präparat, dessen Name ich jetzt natürlich nicht nennen darf. Aber momentan ist wirklich nur eins zugelassen, was diesen Weg wählt. Dann gibt es noch verschiedene andere Hormonpräparate, auch Spiralen, die off-label benutzt werden momentan. Das heißt, die sind offiziell nicht zugelassen für die Therapie solcher Myome. Aber es gibt da draußen immer wieder auch Praxen und auch Krankenhäuser, die off-label Use benutzen. Das ist erstmal überhaupt nichts Verwerfliches. Man muss es nur wissen, dass es erstmal nicht zugelassen ist. Dass es aber eine Option wäre, wenn man jetzt zum Beispiel eine Unverträglichkeit gegen dieses eine Medikament hat. Und was man dazu sagen muss, so eine medikamentöse Therapie ist jetzt erstmal keine Wunderheilung innerhalb von ein, zwei Wochen. Das ist eine sehr langwierige und langfristige Prozedur, die man da über sich ergehen lassen muss. Und man darf erstmal keine Wunder erwarten. Man fängt mit diesem einen Präparat zum Beispiel an, das nach der Menstruation zu nehmen, zwölf Wochen, dann zu schauen, wie ist die Periode, kommt sie nochmal wieder, ist sie immer noch verstärkt. Man guckt natürlich mit dem Ultraschall, was haben die Myome oder das Myome gemacht und würde dann nochmal einen Zyklus von zwölf Wochen anhängen, bis man überhaupt so ein bisschen in die Richtung kommt, funktioniert es oder funktioniert es nicht, die Post kommt. Sorry. Die operative Therapie ist sicherlich die definitivere Lösung und auch die invasivere Lösung. Das heißt, da wird operiert und da gibt es eigentlich zwei, drei Optionen. Entweder man sagt, okay, ich habe noch Kinderwunsch, da ist aber ein Myom, deswegen hochwahrscheinlich habe ich schon drei Fehlgeburten hinter mir, ich möchte aber noch Kinder bekommen und deswegen versucht man diese Myome zu entfernen. Das geht entweder über eine Gebärmutterspiegelung, dass man in die Gebärmutter reinschaut und das Myom darstellt und das abtragen kann. Das geht aber natürlich nur, wenn die Myome, haben wir vorhin gelernt, drinsitzen oder dransitzen in der Gebärmutterschleimhaut, also nicht obendrauf, da kommt man nämlich von innen nicht hin. Und das ist die zweite Option, dass man per Bauchspiegelung von oben in den Bauch reinguckt und diese Myome, die obendrauf sitzen, eben entnehmen kann. Das hört sich super simpel an, die einfach mal so zu entnehmen, die sind aber richtig verbacken und verwachsen in der Gebärmutter drin. Und das ist manchmal ganz schön schwierig, außerdem sind die sehr gut durchblutet, es sind Muskelknoten, sodass das gar nicht so ein unwesentliches Risiko ist von der Blutungsgefahr und auch, dass man die Gebärmutter als solches auch verletzt. Und für spätere Schwangerschaften ist das auch nicht unwesentlich, wenn man da eine große Narbe an der Gebärmutter setzt. Die definitive Lösung, wenn man jetzt abgeschlossenen Kinderwunsch hat, ist die Gebärmutterentfernung. Das geht heute auch per Bauchspiegelung, dass man einfach sagt, okay, man guckt von oben rein, entnimmt die Gebärmutter und hat dann eben die definitive Lösung. Aber das kommt natürlich auf die Lebenssituation an und eben auf den Leidensdruck der Patienten. Es gibt noch eine dritte Art, Myome zu therapieren, wenn die zwei anderen nicht in Frage kommen. Oder bei älteren Patienten kann man das auch machen. Das ist die Myomembolisation. Und das ist vom Prinzip nichts anderes, als dass man die Blutzufuhr zu diesen Myomen, also die Versorgung, unterbindet. Und das macht man mit verschiedenen Stoffen. Man will einfach zusehen, dass dieses Gefäß, was eben zu den Myomen führt oder auch zur Gebärmutter zum Teil führt, verschlossen wird. Und dadurch erhofft man sich, dass diese Myome eben keine Versorgung mehr haben, kleiner werden, schrumpfen und sogar verschwinden. Das ist wirklich nur eine Art der Therapie, die zugelassene Zentren machen. Nichts, was jetzt der Gynäkologe in der Praxis machen kann. Und wirklich auch nur etwas, was in Ausnahmefällen indiziert, also veranlasst wird. Das ist eine... Ich drehte heute ganz auf mein Mikrofon. Diese Myome ist ein riesiges, komplexes Thema, wo noch gerade auch viel Forschung betrieben wird. Gerade auch die medikamentöse Therapie ist natürlich noch absolut unausgereift. Direkt zum Messer zu greifen wollen die Allerwenigsten und ist auch nicht in dem Interesse von den Ärztinnen und Ärzten da draußen direkt zu operieren. Und da wird eben noch viel Forschung betrieben, ob man diese hormonabhängigen Tumore nicht irgendwie anders lenken kann oder irgendwie stoppen kann, dass diese Hormonzufuhr ein bisschen erniedrigt wird, dass die eben nicht so stark wachsen. Und auch Thema Kinderwunsch, Fehlgeburt mit Myomen. Es ist ein riesiges, komplexes Thema, was jetzt hoffentlich grob angeschnitten und grob verstanden wurde, was so Myom eigentlich ist, weil früher oder später hört man es dann doch mal, dieses Wort. Dann fängt man an zu googeln und das erste Wort, was man liest, ist Tumor. Und da ist man natürlich erstmal ganz, ganz aufgeregt und nervös. Aber zu 99,9% sind die gutartig. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen. Wenn dem so ist, dann lass es mich doch bitte wissen. Auf jeden Fall mit einem Abo, aber auch gerne mit einem Kommentar, einem Like, was auch immer. Guck auch mal bei Instagram und Facebook vorbei. Da gibt es manchmal so ein paar Internas vom Gynäkologen und manchmal ein bisschen Facts. Von allem ein bisschen dabei. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Video. Bis dann und ciao. 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 Ciao.